Herzlich Willkommen beim Meister Frickel on Tour. Wir sind auf dem Weg nach Waldbreitbach zum Campingplatz am Vito. Habt ihr vernommen. Und dort gehen wir einmal meine Tochter abholen, weil die ist dort bei meinen Eltern. Und da ist auch gleichzeitig noch T4-Treffen. Und was trifft sich besser? Natürlich fahren wir dort hin. Und ich werde dann schön dann auch mal abends da gucken und für euch mitgucken, was denn da so los ist. Ich war schon vor drei Jahren da, bevor ich meinen ersten Bus gekauft habe und habe dort meine Information, die ich haben wollte, zum Bus mir dort geholt. Und habe mir ziemlich viele Ratschläge dort geholt. Das ist doch mal ein Tipp für euch. Wenn ihr mal wissen wollt über ein Fahrzeug, wo ihr jetzt nicht drüber Bescheid wisst und euch Informationen holen wollt, fahrt einfach mal auf so ein Treffen. Dann sprecht die Leute einfach an. Die meisten sind sehr gesprächig und versucht dort eure Informationen reinzuholen. Das hat dort sehr gut geklappt. Und deswegen bin ich zu meinem ersten T4-Bus gekommen. Und deswegen habe ich natürlich auch zu diesem Treffen einen besonderen Bezug. Jetzt fangen wir da mal hin und machen uns ein schönes Wochenende. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, wir sind jetzt gleich da und fahren jetzt gleich auf den Kämpfingplatz drauf. Super idyllisch hier. Rechts abbiegen auf am Mühlenberg. Die Serpentinfahrt, die war jetzt richtig heftig. Da wurde mir sogar schlecht. Und ich sehe es am Schmeuer. Und naja. Jetzt guckt euch mal schön hier alles an. Und da war ja schmerzisch. Und da war ja schon mal. Bis zum nächsten Mal. Sieht hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war das Treffen bei Waldbreitbach an der Wied. Sehr nettes Treffen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.